Warum muss mein Partner, warum muss mein Familienangehöriger, meine Familienangehörige jetzt Lektin-frei essen? Mein Name ist Dr. Christian Geasch und Ihr Angehöriger, Ihr Partner ist bei uns in Beratung, wie eine Lektin-freie Ernährung im Alltag umzusetzen ist. Und da brauchen wir in der Regel die Unterstützung von Familien, von Freunden, aus der Partnerschaft. Und deswegen habe ich Ihnen persönlich dieses Video aufgenommen, damit Sie einmal verstehen, warum erfolgt diese Ernährungsumstellung und zweitens, in welchem Maß ist Ihre Unterstützung erforderlich. Was können Sie davon mitmachen, was müssen Sie davon nicht mitmachen? Ich möchte jetzt erstmal in diese Welt mitnehmen, indem wir kurz darüber sprechen, was ist überhaupt eine Lektin-freie Ernährung? Die Grundidee erst einmal ist, nichts auf dieser Welt möchte gerne gegessen werden. Ein Tier möchte das nicht, deswegen könnte ein Tier davonlaufen, es könnte sich verstecken, es könnte sie angreifen, aber eine Pflanze kann das grundsätzlich nicht tun. Trotzdem möchte eine Pflanze nicht gerne gegessen werden. Es gibt wenige Ausnahmen, wie reifes Obst, also reife Früchte, wo die Samen der Pflanzen drin sind und die sollen dann an einem anderen Ort gedüngt werden. Oder es gibt die Fruchtkörper von bestimmten Pilzen, wobei auch nie der ganze Pilze gegessen werden möchte, sondern der Fruchtkörper eine Verbreitung zu finden. Alle anderen Pflanzen, grundsätzlich, wollen aber einmal nicht gegessen werden. Und manchmal zeigen sie Ihnen das schon durch ihr Äußeres. Ich habe kleine Kinder und neulich fahre ich mit denen Radfahren. Es war noch sommerlich, Spätsommer, wir kommen in einem abgehandelten Bombeerbusch vorbei, da ganz oben, da hängen noch ein paar Bombeeren. Die Kipps sagen, hey Papa, du bist doch groß, kannst du uns nicht ein paar Bombeeren flüchten? Und ich sage, na klar, mache ich, strecke mich hoch, ich kaufe ein paar Bombeeren, aber bleibe an einer Dorne von der Bombeere hängen. Damit sagt mir die Bombeere grundsätzlich, lieber Mensch, ich möchte nicht von dir gegessen werden. Vielleicht bin ich gemacht dafür, dass ein paar Fügel mich essen, aber du bist nicht der richtige Esser, deswegen bitte mich nicht essen. Entweder bin ich clever genug, diesen Schutzmechanismus zu umgehen und wenn ich nicht so aufpasse, ist die Chance, dass ich mich beim Bombeerernten früher oder später fixe, doch relativ groß. Dann gibt es andere Pflanzen, die Ihnen ziemlich deutlich sagen, iss mich nicht oder ich bin schwer zu essen. Zum Beispiel eine Kokosnuss. Falls Sie mal ein Video gesehen haben, wie ein Affe versucht, eine Kokosnuss zu erfüllen, dann wird dir relativ klar, dass das nicht leicht ist. Fast kein Tier gelingt das und wenn nur den cleversten Affen und über den gibt es mehr als nötige Videos wieder, sich ab und diese Kokosnuss aufzubekommen. Entgegenzu können Sie davon ausgehen, wenn die Kokosnuss mal offen ist, ist sie Ihnen wahrscheinlich ungiftig. Warum? Weil fast kein Lebewesen in der Natur sonst eine Kokosnuss schaffen würde zu essen. Bei allen Dingen aber, die sehr leicht zu essen wären, wie zum Beispiel ein Getreidekorn, das direkt an der Pflanze dranhängt oder wie etwas, was aussieht wie eine Frucht, aber keine ist. Zum Beispiel eine Paprika, die ihre Tochterpaprika neben sich ablegen möchte oder ein Kürbis, der seinen Tochterkürbis neben sich ablegen möchte. Diese Pflanzen wollen grundsätzlich auch nicht vergessen werden, haben aber fast keine Möglichkeiten, sich zu verteidigen, weil ihre Schale ist dünn und bewegen können sich auch nicht ernst werden. Was machen sie also? Sie lassen sich ein Fraßgift wachsen. Ein Gift, das Ihnen selbst nicht schadet, Aber würden sie versucht werden, aufzuessen, dann entsprechend müssten die Pressfeinde wahrscheinlich zugrunde gehen und sterben, unfruchtbar werden oder sich zumindest gehörig in Magen verderben. Und Lektine sind genau das, solche pflanzlichen Fraßgifte. Nun ist die Evolution ein bisschen älter schon als wir Menschen und auch Pflanzen passen sich mit der Evolution nur sehr langsamer. Das heißt, den meisten Pflanzen ist gar nicht bewusst, dass wir Menschen da sind und dass wir diese Pflanzen industriell züchten und verarbeiten können in Mühlen oder irgend so etwas. Ist in der Logik der Pflanzen noch nicht enthalten. In der Logik der Pflanzen ist es primär drin. Bevor es Tiere auf der Welt gab, gab es nur Pflanzen. Er hat einen komplett grünen Planeten und irgendwann sind aus dem Wasser die Fische mit den Pfoten drin krochen und es gab die ersten Insekten und plötzlich konnten Insekten die Pflanzen essen. Deswegen richten sich die meisten dieser Fraßgifte primär auf Insekten. Und die Dosis im Gift ist dafür gedacht, dass ein Insekt davon umgebracht wird, nicht ein ganzer Mensch. Es gibt nur wenige Lektine, die so giftig sind, dass sie ein Menschenvermögen umzubringen. Das eine sind Lektine im roten Boden. Wenn Sie die roh essen, können Sie in Studien nachgucken. Da gibt es mehrere Berichte über Vergiftungserscheinungen, wenn die mal nicht gekocht worden sind und ein Lektin-Gift kennen. Auch viele Menschen, das ist Rizin. Rizin ist eines der tödlichsten Gifte. Keine Menge, die der Geheimdienst irgendwie bei einem vergifteten Regenschirm oder etwas initiiert, reicht, um sie umzubringen. Bei den meisten anderen Lektinen ist es aber so, dass sie zwar für Insekten schädlich sind, aber nicht unbedingt für große Nebelwesen. Wir fassen einmal zusammen, was das betrifft. Das betrifft glutenhaltige Getreide. Das betrifft Pseudogetreide. Ich spreche mir gleich darüber, was das ist. Aber wenn Sie nur glutenfrei kaufen und Sie kaufen dann Amaranth, Sie kaufen was aus Mais oder Ähnliches, das ist dann auch ein Lektin. Dann reden wir über Nachtschattengewächse. Wir reden über Hülsenfrüchte, also Bohnen, Sojabohnen und so etwas. Und wir reden über Kürbisgewächse, inklusive Dingen wie zum Beispiel Gurken. All die haben ein Fraßgift aus der Klasse der Lektine. Es gibt noch andere Fraßgifte auf der Welt, aber die meisten fliegen Menschen relativ unproblematisch. Aber die hier spielen bei einigen Menschen eine zentrale Rolle der Weitere, aber nicht bei allen. Grundsätzlich ist bei Lektinen die Menge eine Frage. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie jetzt als Familienangehöriger, als Partner sind, ich fühle mich vollkommen gesund, ich komme von meinem Arzt, und ich sage, alles in bester Ordnung. Sie gehen jetzt hin und kaufen aus dem Weckereich Achbedarf einen Pfund Gluten, Reignungsgluten, und Sie essen das. Sie können Ihnen garantieren, dass Sie sehr, sehr krank werden. Warum? Wenn die Menge an Giften groß genug ist, funktionieren unsere Verteidigungsmechanismen nicht dagegen. Das muss man sich jetzt klar machen, hat der Mensch an sich an Bord. Menschen, die so aussehen wie wir, gibt es seit vielen hunderttausend Jahren, und im Rahmen der Evolution, der es schon hunderte Millionen Jahre dauert, haben die Lebewesen sich selbstverständlich versucht, an die Fraßgifte anzupassen, die so eine Pflanze hat. Nur ist es so, dass die normale Menge an Fraßgiften, die wir bis vor etwa 10.500 Jahren zu uns genommen haben, sehr gering gewesen ist. Das heißt, unsere Verteidigungsmechanismen sind nur auf eine sehr, relativ kleine Menge an Lektinen ausgelegt, nicht auf große Mektinen. Und um es ganz kurz zu formulieren, Lektine versuchen unter anderem unsere Darmschleimhaut zu binden. Schaffen Sie es in unser Blutgefäßsystem vorzudrinnen, binden Sie auch an zahlreiche andere Organe im Körper. Nun ist es aber so, dass auf der Darmschleimhaut eine Schleimschicht liegt. Und diese Schleimschicht hat als unserem wichtigsten Verteidigungsmechanismen eine Oberflächenstruktur, die sehr, sehr, sehr ähnlich aussieht wie die Schleimhaut selbst. Und ein Lektin, das versucht, an die Schleimhaut zu binden, wird prima, wenn der Schleim oben drüber liegt, an die Schleimschicht binden und geht dann unverdaut ab. Und wenn Sie eine gewisse Menge Lektine zu sich nehmen, als normaler, gesungener Mensch, dann passiert Ihnen exakt nichts. Mit der Ausnahme, dass Sie daraus auch keine Nährstoffe ziehen, weil diese Lektine mit dem Schleim als unverdaulicher Komplex wieder abgehen. Was haben Sie alle schon mal erlebt? Wenn Sie eine kleine Menge Chilis essen, Chilis haben relativ viel Lektine, dann werden Sie merken, dass die meisten Menschen die relativ gut vertragen. Aber wenn Sie nur genügend Chilis essen, werden Sie merken, dass die nicht nur kurz einmal im Mund brennen wegen einem Wirkstoff, den sich Kapitän ziehen, jetzt nichts mit Lektin direkt zu tun hat, sondern Sie werden merken, dass Sie auch Bauchbeschwerden bekommen, Schmerzen im Bauch. Wenn das der Fall ist, ist zu dem Zeitpunkt Ihr Verteidigungsmechanismus gegen Lektin überlastet, die Lektine beginnen zu wirken. Aber dadurch, dass Sie eben wieder aufhören, die Chilis zu essen, sehen Sie die jeden Tag essen. Halt das System wieder und nach kurzer Zeit ist wieder alles in bester Ordnung, in Erführungsstrichen. Nur bei Menschen, die eine Lektinsensitivität erworben haben, ist das Verteidigungsmechanismus an sich entweder primär gestört oder so überlastet, dass Sie in einem Teufelskreis sind, dass diese Schleimschicht auf der Darmschleimhaut sich nicht mehr korrekt aufbaut und bereits geringste Mengen an Lektinen schon an die Darmschleimhaut binden. Die führen dann dazu, dass die Darmschleimhaut sich öffnet und plötzlich Dinge durchlässt, die eigentlich nie durchgelassen werden dürften. Wie zum Beispiel unverdautes Eiweiß, zum Beispiel das Lektin-Setz. Wir haben alle irgendwo mal in der Schule gelernt, Eiweiß, das ich esse, wird aufgeschlossen und nur die enthalten Aminosäure. Die gehen in meinen Kreislauf rein und von denen lebe ich aus dem Stich. Wenn ich aber eine Lektinsensitivität habe, dann kommt es sehr häufig dazu, dass komplettes Eiweiß unverdaut in die Blutbahn gelangt und dann entsprechend der Körper auch sagt, oh, das ist ein Fremdeiweiß, das gehört hier nicht hin, und beginnt Antikörper zu bauen. Antikörper, die sich entweder gegen das Lektin oder Eiweiß selbst richten oder aber auch wenn andere Eiweiß, die keine Lektine sind, zum Beispiel Hühneiweiß, weil sie ihn Hühner eingegessen haben, wenn das in die Blutbahn eindringt, werden sie auch Antikörper darauf bauen. Das ist eine ganz normale Reaktion, wo der Körper sagt, ich bin kein Hühnchen, ich bin auch keine Weizenehre. Das hier gehört nicht hin, und so brauche ich Antikörper darauf. Das Problem ist nur, erstens kann ich so alle möglichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten erwerben und zweitens kriege ich keine Nährstoffe mehr da ausgezogen, weil wenn ich jetzt Eiweiß nicht in Aminosäuren abbaue und davon lebe, sondern wenn ich sogar noch Antikörper aus Eiweiß wieder bestehen, aufbauen muss, damit die daran binden, habe ich am Ende sogar einen Nettoverlust an Energie. Deswegen viele Menschen, die Lektine nicht verkragen, entweder unter- oder übergewichtig sind. Untergewichtig, weil ihnen Nährstoffe fehlen und übergewichtig, weil sie immer weiter Hunger haben, um ihnen mehr zu essen, um diese Nährstoffe zu kommen, aber sie kommen nicht an. Naja, und das andere, was ich eben schon erwähnt hatte, ist, wir befinden uns dann in einem Teufelskreis. Denn wenn ich erst einmal eine Durchlässigkeit auf Mann und Damen eben habe, habe ich auch eine Entzündung auf Mann und Damen. Diese Entzündung führt dazu, dass die Verteidigungsmechanismen nicht mehr richtig aufgebaut werden können. Und wenn sie einmal so einen Teufelskreis eröffnet haben und eine chronische Entzündung erwerben haben, dann ist es so, dass ganz viele der Erkrankungen, die es hier draußen in der Welt gibt, entzündliche Erkrankungen sind. Das heißt, wir reden von all den Dingen, die als Zivilisationserkrankungen uns Menschen gefährlich werden können. Wir reden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir reden von Krebs. Wir reden von metabolischen Erkrankungen. Wir reden von Autoimmunerkrankungen. Wir reden von neurodegenerativen Erkrankungen wie Immensen. Alles Sachen, die wir nicht haben. Und wenn sich jetzt jemand entschließt, Lektin frei zu ernähren, entweder weil wir das diagnostiziert haben oder weil die Symptome dafür sprechen, dass es sich lohnt, so eine Ernährungsform auszuprobieren, dann ist die Idee zu sagen, eine Entzündung entsteht im Körper nicht zufällig. Und wenn ich die Ursache der Entzündung identifiziere und wegnehmen kann, erstens geht die Entzündung dann weg, in der Regel ja, und zweitens die Erkrankung, die an der Entzündung dranhängt, wie verändert die sich? Immunlektin-freie Ernährung funktioniert bei vielen Dingen. Besonders setzen wir das ein bei Darmerkrankungen und bei Autoimmunerkrankungen. Wenn wir dort meistens eine sehr schnelle, sehr durchgreifende Wirkung sehen, bei Darmerkrankungen können das die Patienten selbst spüren, bei Autoimmunerkrankungen sehen wir häufig, wenn wir den Immunsystem, diesen Störfaktor rausnehmen, dann sehen wir, dass Autoantikörper sehr häufig sinken, teils bis unter die Nachweisgrenze. Das heißt, Sie haben hiermit unter die Möglichkeit, vorsichtig in die Autoimmunerkrankung anzugehen, was bei vielen, 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 vielen anderen Therapien überhaupt nicht funktioniert. Klassisches Beispiel ist Cortison. Cortison ist ein Indikament, das ergeben wird, um das Immunsystem zu unterdrücken. So werden sehr viele Autoimmunerkrankungen klassisch behandelt. Aber damit nehme ich nicht die Ursache weg, warum das Immunsystem plötzlich sich gegen den eigenen Körper richtet, sondern ich sage nur dem Immunsystem, beim besten, du bewegst dich gar nicht. Wenn ich das Cortison immer weg, kommt häufig das Ganze wieder. Das heißt nicht, dass Cortison schlecht ist. Es gibt bestimmte schubfärmige Autoimmunerkrankungen, wo Cortison absolut Sinn macht, einzuletzen kurzfristig. Aber Ihnen muss klar sein, Sie gehen dann nur symptomatisch dran. Sie kriegen alle Nebenwirkungen, die diese Substanzen mit sich bringen. Gleiches gilt auch für alle anderen Therapien, die es gegen Autoimmunität gibt. dass alles, was eine nennenswerte Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Und die können mitunter stärker als die Wirkung selbst sein. Deswegen viele Menschen sagen, ich möchte eigentlich keine Chemie zu mir nehmen. Und dann ist es besonders elegant, hinzugehen und stattdessen die Ursache anzugehen. Also die Ursache anzugehen, nicht entweder kann ich nie einmüchte, oder wenn sie auch nicht funktioniert, was leider auch sehr häufig vorkommt, oder so gravierende Nebenwirkungen hat, dass der Einsatz nicht vertretbar ist. Nun ist die Spannweite von Nebenwirkungen einer lektiven Feinernährung nicht groß. Man beginnt, andere Dinge zu essen, aber letztlich isst man weiter. Das heißt, sie haben zwar mehr Mühe, Lebensmittel zu besorgen, vielleicht auch zuzubereiten, aber an sich können sie ganz normal weiter essen. Und sie werden häufig belohnt, wenn sie direkt betroffen sind, durch eine große Veränderung ihrer Gesundheit. Aber wenn wir Amilmitglieder haben, Paten haben, mitessen, haben wir schon oft berichtet bekommen, was letztlich auch sich alles bessert. Leute, die Gewicht verlieren, das seit Jahren festgesessen haben. Leute, die plötzlich besser schlafen, Leute, die sich plötzlich viel besser konzentrieren können, die mehr Energie haben. Oder die ihre Gelenkschmerzen, wo sie gedacht haben, naja, das ist halt ja eine Alterserscheinung, das scheint normal zu sein. Das verlieren die Leute mitunter einfach. Also das ist auch ganz beeindruckend zu sehen. Wichtig ist nur, Lektinfreie Ernährung funktioniert nur gut, wenn ich sie hundertprozentig mache. Nicht, wenn ich 80% was mache und 20% nicht. Denn erstens habe ich da durch keinen richtigen Proof of Concept, das heißt, ich weiß nicht, ob die Mühe sich überhaupt für mich lohnt. Und zweitens ist es so, ich muss ja diesen Teufelskreis beenden, ich muss ja in eine Heilung kommen. Wenn ich aber immer noch eine kleine Dosis Gift habe, dann wird es zwar ein bisschen besser, aber diese Heilung tritt nicht. Und wenn die nicht eintritt, habe ich auch fast eigentlich keine Chance, dass meine Autoantikörper, wenn ich eine Autoimmunerkrankung damit behandle, abfallen. Und wenn die nicht abfallen, dann kann ich natürlich auch nicht wirklich übersichtlich was gegen die Autoimmunerkrankung haben. Das bedeutet, es gibt keinen seichten, sinnvollen Einstieg. Zu sagen, ich mache jetzt eine Lektin-Arme Ernährung, 80% mache ich das so und in 20% der Fälle mache ich das anders. Das funktioniert leider nicht gut. Und das ist der Grund dafür, dass Sie dieses Video sehen, weil wir brauchen, höchstwahrscheinlich Ihre Unterstützung, dass Sie 100% in diese Ernährungsumstellung gehen. Diese 100% müssen erst einmal nicht für immer sein. Ich schlage meistens vor, machen wir das 6-8 Wochen lang, damit wir hier erste Erfolge sehen können. Dass jemand sagt, oh ja, ich beginne mich besser zu erfüllen, meine Blutfette werden besser. In Sinne von Entzündungswerken, in Sinne von Autoimmunreaktionen, dass man vielleicht eine Hautveränderung sieht, dass man eine Energie spürt, dass Gelenkschmerzen weggehen, dass man schon auf der Waage eine Veränderung sieht. Dass wir ein Proof of Concept haben, dass wir nicht mehr entscheiden müssen, na ja, Labortests haben das gesagt, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das vertrage, ist relativ groß, deswegen machen wir das mal. Sondern dass wir an einen Punkt kommen, wo jemand sagt, okay, ich merke wirklich, dass das ursächlich in meiner Erkrankung ist und dass es sich lohnt, diese Erkrankung auch so zu behandeln. Dann muss man eine Lektinfreien Nährung in der Regel noch deutlich länger machen, um die richtig guten Resultate zu sehen. Aber wenn ich diese ersten paar Wochen schludrig mache und nicht richtig mache, werde ich nie wissen, ob das Konzept wirklich funktionieren würde oder nicht. Und das hier ist ein großer Unterschied zu einem anderen hier. Wenn ich jetzt hingehe und ich erbe jemanden, der viel zu viel Zucker ist, und diese Person reduziert den Zucker auf 40 Gramm am Tag, dann werden diese Leute in der Regel gesund. Da fällt sich kein Zucker, damit kann ein Zucker auch unproblematisch umgehen. Aber wenn ich einen entzündeten Darm habe und ich nehme 18% des Gifts weg, dass er uns hinweg macht, aber ab 20% weiter, führt es meistens zu keiner richtigen Heilung. Deswegen ist das hier einer der gravierenden Unterschiede zu anderen Erden. Man muss das hier zu 100% machen. Das ist umständlich. Deswegen haben wir ein ganzes Programm, wo wir hingehen und unsere Patientinnen und Patienten nach Kraft unterstützen und wir können wirklich alles, damit das gelingt. Trotzdem, man ist ja nicht alleine auf der Welt und Sie als Teil der Familie, als Teil des Unterstützermetzwerks, als Partner, haben einen gravierenden Anteil daran, wie unsere Patientin, unser Patient den Alltag erlebt und wie das funktioniert. Das bedeutet, wenn Sie jetzt gebeten werden, isst Lektin frei mit. Dann hat man eine große Einladung, das wirklich zu machen. Lektinfreie Ernährung ist in der Regel deutlich nährstoffdichter als andere durchschnittliche Ernährung. Deswegen, die meisten Menschen automatisch schon zu einem gewissen Grad davon profitieren. Natürlich gibt es ein paar Gerichte, die sich nicht immer eins zu eins nachstellen lassen, aber wir haben für fast jede Sache mittlerweile eine bessere Alternative. Unsere Patientinnen und Patienten haben von uns einen langen Ernährungsplan bekommen mit drei Listen. Liste eins, was darf ich essen? Alles darauf ist in Ordnung. Liste zwei sind die Sachen, die ich selbst zubereiten muss, um sie essen zu dürfen, wenn sie nicht korrekt vorbereitet worden sind, gehen sie nicht. Das enthält insbesondere Dinge, in einem Schwerkochtopf zu kochen, in dem es heißer wird als in einem normalen Kochtopf und dadurch wirkt eine infeucht, erhitzt und degenerieren, was sie sonst nicht gut tun. Und es enthält das Schäen und im Kern bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel einer Gurke oder einer Tomate, Dinge, die die Kultur, die das traditionell einsetzen, schon immer gemacht haben, aber die die westliche Welt nicht übernommen hat. Und dann haben wir noch eine dritte Liste, auf der steht, was nicht gegessen werden darf und sich im Lied zu halten ist absolut essentiell. Nun ist es so, Menschen sind Gemeinschaftsmitglied. Und auf der einen Seite haben wir eine ganze Patienten-Community, die sich nur um elektronfreie Ernährung dreht, in die wir einmal unsere Patientinnen und Patienten versuchen zu integrieren, damit man nicht mehr das Gefühl hat, ich alleine gegen den Rest der Welt, sondern wir machen etwas gemeinsam. Aber trotzdem, in der Kernfamilie, im Freundeskreis, in der erweiterten Familie ist es wichtig, dass diese Menschen trotzdem genauso Unterstützung genießen. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand zum Beispiel gerne Bier trinkt und für den Fehl tausche ein normales Bier gegen zum Beispiel ein Hersebier aus, das übrigens dem deutschen Rheinland-Geboden entspricht, dann große Einladung. Trinken Sie es doch mit, probieren Sie es doch aus, anstatt dass Sie sagen, nein, ich trinke das weiter, was ich schon immer getrunken habe. Denn nur, wenn man neue Sachen ausprobiert, dann kann man auch neue Geschmäcker kennenlernen. Und wie gesagt, meistens ist auch für Sie selbst eine deutliche Gesundheitsverbesserung drin. Garantieren kann ich das nicht, aber nur, wenn Sie es ausprobieren, wissen Sie das. Wir versuchen trotzdem, viele, viele Sachen möglich zu machen. Zum Beispiel Essen gehen. Sie kommen von uns, wenn Sie mit uns dieses Programm starten. Kärtchen, wir sind für das Restaurant gedacht. und Sie sind dafür gedacht, wann gibt es im Kellner, dass es den Koch gebracht wird. Da steht drauf, was darf hiermit nicht essen und was darf hiermit essen. Und wenn Sie in ein Restaurant gehen, in dem frisch gekocht wird, dann wird es dazu führen, dass der Koch, macht ja immer die 20 gleiche Gerichte untereinander, das ist sehr langweilig für den ersten Köcher, sich häufig freut und sagt, alles, was auf der Karte steht, sind die Zutaten, die ich gerade mit Küche habe, geht hin und bereitet den Leuten eine individuelle Spalte zu und serviert die meistens persönlich. Als wir das das erste Mal gehört haben, hat uns eine amerikanische Patientin von uns vorgeschlagen, wenn auch das funktioniert in Deutschland niemals, nee, das funktioniert sehr gut, voraussetzen ist aber, Sie müssen in ein Restaurant gehen, das das macht. Das heißt, wenn Sie immer in Ihre Stammgräfe gehen und die haben aber leider nur Convenience-Food und wärmen die Sachen auf, dann, wenn Sie gerne essen gehen, gehen Sie bitte dorthin, wo das gemacht werden kann. Oder aber, wenn Sie zwar sagen, wir sind Leute, die essen gehen, priorisieren Sie bitte für sechs bis acht Wochen einmal die Gesundheit Ihres Partners, Ihres vermiedenden Gehörigen über diese Tradition und sagen Sie, wir kochen zu Hause. Denn, wenn Sie jetzt nichts in der Umgebung haben, wo man sich Mühe gibt, etwas gut zuzubereiten, dann ist es eben so, dass Sie hier an die Grenze stoßen können. Auf der anderen Seite, geht es aber nach. Was ist der Luxus, den die meisten Menschen sich leisten, wenn sie wirklich super reichsam sich das leisten könnten? Wir haben einen privaten Koch, die wenig essen, die lassen vor Ort für sich kochen. Und, sich kochen lassen, das ist nun für die meisten von uns nicht möglich. Aber, sehen Sie es trotzdem als ein Luxus an, zu Hause hochwertiges und gesundes Essen zu dürfen. Das ist ziemlich viel in Menschen auf der Welt nicht möglich. Das heißt, in jedem Fall, bitte unterstützen Sie Ihren Partner, Ihren Familienangehörigen damit, dass Sie sagen, okay, wir verzichten jetzt für eine gewisse Zeit Traumat darauf, erstens zu gehen. Trotzdem, wir versuchen alles so einfach wie möglich zu machen. Wir geben hier einen Sofortstart-Guide raus, in dem viele hilfreiche Informationen zum Start stehen, wie zum Beispiel die erste Einkaufsliste. Und das ist wirklich schön, wenn Sie gemeinsam einkaufen gehen, gemeinsam den Küchenschrank einmal umräumen und gucken, dass nur die guten Sachen da drinnen stehen und genügend Basiszutaten, dass man im Wald kommt. Wenn Sie im Kochen sehr begabt sind, dann wird es Ihnen leicht fallen, die Rezepte. Wir haben jetzt einen Mahlzeitenplan, den wir vorschlagen, was vergessen werden kann, da nachzukochen. Und wenn Sie sagen, ich habe noch nie gekocht, 56, ich habe jung gesehen auf dem Programm schon dazu gebracht, selbst zu kochen, dann sehen Sie eben sofort, Schaut-Guide, haben wir eine einfache Einführung, wie stelle ich mir aus dem Kohlenhydrat, im Eiweiß und im Gemüse ein einfaches, gutes Standardgericht zusammen. Und wir haben Einleitungen, darüber, wie setze ich einen Schnellkochtopf ein, weil Sie das nicht von zu Hause auskennen. Wir haben das Angebot, wenn Sie bei der Ernährung unsicher sind, können Sie von unserem Ernährung das Tagebuch bekommen. Wir schicken uns das zu, wir gucken das durch, geben Ihnen detailliert Feedback, was läuft gut, was läuft nicht gut. Dann erklären wir, grundsätzlich, wenn Sie wo essen gehen und diese Restaurantkärtchen einsetzen, wie klappt das? Wenn Sie die nicht einsetzen, es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein Unernehmen. Erstens bitte nicht. Wenn jemand eine Erkrankung hat, eine Allergie hat, eine Sensitivität hat, dann ist das etwas, was gut Respekt und Rücksicht behandelt werden sollte. Also ich finde nicht, dass sich jemand im Freundeskreis negativ hervortut durch einen Extra-Wunsch, sondern es ist eher so, dass die anderen das respektieren sollten und Unterstützung anbieten sollten, wie man sagt, ich kann hier aber nicht die Pommes zu meinem Weg dazu essen. Was gibt es denn sonst auf der Karte? Trotzdem haben wir hier eine Anleitung für Sie, was können Sie in Restaurantkarten, ja, was können Sie hier essen, welcher Nachtisch auf einem Standard-Restaurant würde trotzdem gut funktionieren und selbst wenn Sie gerne Fast Food mögen, was würden Sie dann essen? Und wir haben hier eine Anleitung, wenn Sie in einen Supermarkt gehen, was gibt es alles für Snooks, die Sie sofort und verkriegst kaufen können. Und gerade jemand, der neu ist, der vielleicht nicht viel Koch erfahren hat, theoretisch könnten Sie nur von dieser List leben, das würde funktionieren. Nichtsdestotrotz, wir versuchen es einfach zu machen, viele Sachen selbst so zu bereiten, aber wie gesagt, sonst genossen es klappt. Und dann haben wir eine Lösung dafür. Genauso, wenn Sie sagen, ich fahre jetzt im Urlaub und ich kann nur am Buffet essen, haben wir genaue Anleitungen dafür, wie gehe ich im Frühstücksbuffet oder was kann ich machen, was könnte ich in einem All-Inclusive-Buffet essen. Und auch da gibt es immer gute Lösungen, wenn man möchte, aber entsprechend wichtig ist, dass Sie jetzt nicht Sachen sagen, hören, wenn ich mir in Urlaub fahren oder ähnliches, sondern Sie werden eine kreative, gute Lösung finden, auch im Urlaub. Möglicherweise bedeutet das aber, dass Sie jetzt erst einmal eine Ferienwurlaubwohnung ermieten. Auch das ist meistens ein sehr gutes Urlaubserlebnis, aber wie gesagt, es geht auch in All-Inclusive-Urlaub. Man muss sich halt entsprechend nur Mühe geben. Deswegen auf der einen Seite die mögliche Bitte, versuchen Sie alles zu machen, dass das die nächsten sechs bis acht Wochen erfolgreich passieren kann, aber gleichzeitig die Ernährung, wenn Sie Fragen haben, wir bieten eine wöchentliche Videosprechstunde an, in der wir alle Fragen beantworten. Bitten Sie Allgehörigen, die Fragen dort einzureichen. Wir beantworten die gerne alle und wir haben ein riesiges Wissensarchiv mit weit über tausend Videoantworten auf die verschiedenen Fragen bereits zusammen bestellt. Das heißt, wenn Sie das durchsuchen, finden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vielleicht schon eine Antwort und darüber hinaus haben wir im Kurs detailliert durch begleiten, wie das funktioniert. Das heißt, wir versuchen, was wirklich machbar und einfach zu machen. Nur seien Sie bitte der Sache ein bisschen aufgeschlossen. Zum Beispiel alle glutenhaltigen Backwaren, auch die glutenfreien Backwaren, die Sie im normalen Supermarkt kaufen können, funktionieren nicht. Entweder müssen Sie Brot selbst backen, das haben wir mit detaillierten Anleitungen, mit Schritt-für-Schritt-Videos, wann mache ich was, wie backe ich so ein Brot, das will ich noch nie gebacken haben, das funktioniert gut. Aber ansonsten haben wir sogar einen Bäcker gefunden, der solche Brote backt und einmal im Monat zusteht. Ja, das ist deutlich teurer, aber da ist sehr viel Mühe für die Zutaten, der Kosten, wenn Sie sie zum Beispiel viel günstiger. Aber selbst das haben wir mittlerweile möglich gemacht. Und bitte seien Sie dem aufgeschlossen, probieren Sie diese Brote, diese Backwaren einmal aus. Ich kann Ihnen viele Geschichten erzählen, dass wir Patienten haben, die haben gesagt, wir haben damit eine Qualität des Brots erreicht, die über dem steht, was ich sonst in der Bäckerei kaufen kann. Es funktioniert also wirklich, aber Sie müssen entsprechend dem offen gegenüberstehen. Und noch eine kleine Anmerkung, nicht alles nur, weil es lektinfrei ist, ist in Unmengen auch automatisch gesund für Sie. Das ist wichtig, wir lassen uns vor allen Dingen, deswegen, was einem schadet. Aber theoretisch, wenn ich sehr, sehr viel Brot esse, aus Hirsenmehl, aus Mandiokmehl, klar, und da kann jeder zunehmen. Das heißt, das ist immer eine Mindenfrage mit dem Hintergrund behalten, der Nektinfreihen ist nicht mehr eine Lösung für alles. Aber es geht vor allen Dingen darum, kriegen wir damit das Problem Ihres Partners, Ihres Angehörigen gelöst. Und je mehr Sie sich einbringen, desto besser wird das funktionieren. und ich kann Ihnen versichern, Sie kriegen das auch zurück. Sie kriegen das zurück in mehr Lebensfreude Ihres Atmos, Ihres Gemeinangehörigen, in mehr Energie. Und vor allen Dingen, es ist eine wunderbare Chance. Herausforderungen bringen uns Menschen entweder auseinander oder zusammen. Und das ist eine der wunderbaren Möglichkeiten, zusammen zu rücken, eine Beziehung nochmal mehr zu festigen und in der Regel lohnt sich. Die sind ausgesprochen. Was bitte wissen Sie nicht noch? Wissen Sie, in der sechs bis acht Wochen Experiments haben nicht geklappt, aber Zahlen Menschen, bei denen das Sofa ist doch wirklich gering, diese jenigen, die sagen, hoppla, seit 20 Jahren habe ich die und die Beschwerden. Lässlich sind sie weg, ist für uns überall groß, deswegen große, große Motivation, sich dort bitte einzubringen. Wie gesagt, wenn Sie Unterstützung möchten, die bieten wir gerne an, holen Sie sich die. Also, viel Erfolg, vielen Dank für Unterstützung.